Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zu Ihrem Horoskop vom 20. bis 26. April. Liebe Zuschauer, wir befinden uns in einer äußerst erfreulichen und effektiven Woche, insbesondere nach den schwierigen Planetenpositionen Anfang April werden wir diese Woche positiv für uns nutzen können. Merkur und Mars werden im Zeichen Stier fortschreiten und ein positives Dreieck mit Pluton im Zeichen Steinbock bilden. Dieses Dreieck im Erdelement wird uns die ganze Woche über in Bezug auf die Finanzen unterstützen. Wir werden insbesondere Hilfestellung hinsichtlich konkreter materieller Werte und finanzieller Einnahmen erhalten und könnten positive Unternehmungen in diesen Bereichen nachgehen. Falls wir uns Unterstützung wünschen, werden wir diese von autoritären und wichtigen Persönlichkeiten erhalten. Venus wird im Zeichen Zwillinge fortschreiten und deutet darauf hin, dass sie aus sozialer Sicht äußerst lebendig sein werden und eine starke Kommunikation haben werden. Während Venus im Zeichen Zwillinge fortschreitet, werden sie Reisemöglichkeiten begegnen. Venus wird in dieser Woche positive Wechselwirkungen zum Jupiter im Zeichen Löwe haben. Falls sie verreisen möchten, können sie ruhig schon mal diesbezüglich planen. Es könnte nämlich bald losgehen. Dabei könnte es sich sowohl um nahe als auch Fernreisen handeln. Die positiven Wechselwirkungen von Venus und Jupiter werden uns auch in jeglichen sozialen Beziehungen unterstützen. Insbesondere für die Zeichen der Luftgruppe Zwillinge, Waage und Wassermann wird das Sechseck von Venus und Jupiter sehr effektiv sein, meine lieben Zuschauer. So viel zu dieser Woche. Bitte verfolgen Sie auch die Horoskopvideos Ihres Sternzeichens und Aszendenten. Bis bald!